Ja, hallo zusammen. Lasst uns mal über den Film Priscilla reden. Priscilla ist der Film, der aktuell im Kino läuft und um die Ehefrau von niemand geringerem geht wie Elvis Presley. Für die jüngere Generation da draußen oder für Leute, die ich einfach sonst ein bisschen auf die Sprünge helfen darf, Elvis Presley ist dieser Herr hier. Er ist ein amerikanischer Superstar gewesen im Bereich Film und Musik und hatte natürlich auch ein sehr, sehr bewegendes Leben gehabt. Aber wie der Titel im Film schon verrät, geht es eben nicht um Elvis, sondern es geht um Priscilla, um seine Frau. Und ich war vor allem am Anfang sehr, sehr skeptisch gewesen. Brauchen wir das im Kino überhaupt? Brauchen wir jetzt einen Film von einer Ehefrau eines Superstars? Weil man kann ja gleich morgen einen Film über Bastian Schweinsteigers Ehefrau machen oder über irgendeinen Fußball-Superstars-Ehefrau. Warum brauchen wir das eigentlich? Denn wir haben ja im Jahr 2022 schon diesen Film bekommen. Elvis, gespielt von Austin Butler und von Tom Hanks. Und auch da hat man ja schon sehr viel gesehen, was die Probleme in der Beziehung waren und warum es halt nicht so funktioniert hat, wie sie es gerne gewollt hätten. Aber, so viel kann ich euch verraten, dieser Film hat sich gelohnt. Denn dieser Film schafft es, die ganze Geschichte wirklich aus der Sicht von Priscilla zu erzählen und vor allem sehr emotional und gefühlvoll zu erzählen. Das schafft dieser Film vor allem dank der sehr guten Regie. Und die Regie in diesem Film führt Sofia Coppola. Sofia Coppola kennt man vielleicht schon aus dem Werk Marie Antoinette. Dieser Film ist sehr, sehr bekannt. Und sie hat diesen Film nicht alleine gemacht, sondern sie hatte die Hilfe von Priscilla Presley höchstpersönlich. Und das macht das Ganze noch interessanter, weil sie Informationen aus erster Hand bekommen hat. Und man weiß, dass da wahrscheinlich sehr vieles wahr ist, was man da zu Gesicht bekommt. Elvis, der hat sich natürlich nicht selbst gespielt in diesem Film. Er ist, Spoiler, schon seit längerem verstorben. Er wurde gespielt von Jacob El Roddy. Und er ist ja auch kein Unbekannte in Hollywood. Jacob El Roddy haben wir im gehypten Werk Saltburn erst gerade miterleben dürfen. Er ist auch im fünften Teil von Pirates of the Caribbean zu sehen, vom Jahr 2017, Salazar's Rache. Und für die Serienfans ist er auch in der sehr erfolgreichen Serie zu sehen mit Zendaya, Euphoria. Und also wirklich kein Unbekannter in Hollywood. Aber die Hauptrolle in diesem Film führte ja nicht er, sondern diese junge Dame hier, Kylie Spanny. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sonst tut es mir natürlich leid. Kylie Spanny, die in Hollywood auch keine Unbekannte ist natürlich. Sie kennt man vor allem aus den Filmen Pacific Rim 2 oder der Hexenclub. Und auch in diesem Jahr werden wir sie nochmal sehen, zum Beispiel in Civil War im Kino. Also zwei Schauspieler, die nicht unbekannt sind und das schon mal vorneweg. Die beiden sind wirklich die große Stärke des Films. Also die schauspielerische Leistung in diesem Film hat mich wirklich überzeugt und war wirklich die große Stärke. Denn der Film nimmt sich am Anfang sehr, sehr viel Zeit und mit langsamen Kamerafahrten und wirklich vor allem Priscilla im Vordergrund und wirklich jede Situation ein bisschen länger zu zeigen, als man eigentlich müsste, um die Emotionalität zu zeigen, die Gefühlslage der Person zu zeigen, dass man es richtig aufsaugen kann und sich in die Person hineinversetzen kann. Das gefiel mir wirklich sehr, sehr gut. Das schafft der Film wirklich am Anfang wirklich perfekt umzusetzen. Bis zur Hochzeit und ab der Hochzeit merkt man dann, ja, jetzt hetzt der Film ein bisschen durch, weil er zu einem Ende kommen will. Mit einer Stunde um 15 Minuten ist der Film auch ein bisschen zu lange geworden, aus meiner Sicht. Aber, ja, er war auf jeden Fall nicht langweilig. Und der Film funktionierte eben durch die Schauspieler. Vor allem, wenn es dann gehetzt wird, hat man dann wirklich gemerkt, dass man dabei bleibt, weil eben die beiden sehr gut harmonieren und man eben so viel Zeit am Anfang investiert hat, um die Gefühlslage richtig zu erkennen. Genau. Fangen wir aber mal komplett woanders an, nämlich bei Elvis, sein Leben. Elvis ist ohne Vater aufgewachsen in Amerika und sein Vater war im Gefängnis und wurde relativ schnell berühmt mit seiner Musik. Aber damals war es nicht das Jahr 2024, sondern ein komplett anderes Jahr. Und da war die Rassentrennung noch ein komplett anderes Thema wie heute. Und seine Musik hat für Aufstände gesorgt, für Chaos gesorgt und auch für Tumulte in seinen Konzerten. Denn er hat für die Politik damals ein bisschen zu farbige Musik gemacht. Und das kam nicht bei jedem gut an. Also Elvis Presley brachte eigentlich die Musik der Farbigen auf die große Bühne und hatte sicherlich noch Spaß dabei. Und obwohl die Politik sich dagegen gewehrt hat und gesagt hat, hey, hör auf damit, mach das, wie wir es wollen, hat er sich dagegen gesetzt und hat einfach das gemacht, was ihm Spaß machte. Das führte damals dazu, dass er zwei Jahre nach Deutschland in die Armee musste, um sozusagen verbannt zu werden. Man versuchte damit, das Ganze in Amerika ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen runter zu kochen. Und hat ihn nach Deutschland geschickt, zwei Jahre in die Armee. Und da beginnt dieser Film Priscilla, nämlich in Deutschland. Priscilla, die damals auch als Amerikanerin in Deutschland gelebt hat, weil ihr Vater im Militär eingesetzt wurde und da in die Schule ging. Und wir kommen wieder zu diesem Bild hier. Wird dann eines Tages angesprochen von einem Armee-Kollegen. Hey, komm doch mal zu einer Party. Und die Party, die von niemandem Geringerem natürlich geleitet wurde, wie Elvis Presley. Und sie war natürlich hellauf begeistert. Elvis Presley war ja schon der Superstar, der jeder gekannt hat. Und sie mit 14 die Chance zu bekommen, den großen Elvis kennenzulernen. Natürlich ist sie da dabei. Ihre strengen Eltern anfangs nicht, wurden dann aber von ihrem Militärkollegen da überredet. Hey, wir bringen sie auch pünktlich wieder nach Hause. Und so war das Ganze geebnet für das erste Kennenlernen zwischen diesen beiden jungen Geschöpfen. Ja, und jetzt kommen wir nochmals zurück zu der ganzen Thematik. Elvis, damals 24 Jahre alt und Priscilla ist tatsächlich zarte, schüchterne, 14 Jahre alt gewesen, als sie sich kennengelernt haben. Und die beiden Schauspieler haben tatsächlich auch einen riesigen Größeunterschied gehabt. Also, El Roddy ist 1,96 Meter groß und die Priscilla-Darstellerin Kaylee Spaney 1,55 Meter. Also, sie sind 42 Zentimeter Unterschied. Und das ist natürlich viel, viel mehr gewesen, als das reale Paar hatte. Der richtige Elvis, der war mit 1,82 Meter ein bisschen kleiner und die richtige Priscilla mit 1,63 Meter ein bisschen größer. Also, die Hälfte des Unterschiedes, die jetzt diese beiden Schauspieler hatten, das sah ein bisschen witzig aus, was manchmal die Szenen zusammen anbelangt, weil halt wirklich die Diskrepanz sehr groß war. Aber der Altersunterschied hat es halt sehr verdeutlicht. 24,14, 1,96, 1,55 ist natürlich schon ein riesiger Unterschied gewesen. Ja, und sie lernen sich da kennen an dieser Party, verstehen sich vom Anfang an sehr gut. Und ja, trotzdem ein Altersunterschied. Und darum finde ich es vielleicht wichtig. Also, ich habe ja das in ein riesiges Elvis-Wochenende gepackt, das Ganze. Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, wissen das. Ich war zuerst Priscilla schauen, danach habe ich Elvis zu Hause geschaut, eben diesen Film von 2022. Und danach habe ich mir nochmals Priscilla angeschaut. Und ich empfehle es euch wirklich, schaut zuerst Elvis an, bevor ihr ins Kinder geht. Er funktioniert zwar auch, wenn ihr nur Priscilla schaut, aber die ganze Gefühlslage vom Anfang des Films wird noch ein bisschen deutlicher, wenn ihr natürlich den Film von 2022 noch gesehen habt. Denn wir bekommen, also in diesem Film bekommen wir nur in einem Nebensatz erwähnt, dass seine Mutter verstorben ist und eben, warum er nach Deutschland zog. Und bei Elvis ist da schon eine ganze Weile des Films vergangen, bis er Priscilla dann kennenlernt. Und das ist natürlich schon viel intensiver. Man weiß, wie sich Elvis damals gefühlt hat, wie alleine, dass er sich gefühlt hat in Deutschland und in welcher Gefühlslage nach dem Verlust seiner Mutter er damals war und wie sehr er es dann genossen hat, Priscilla an dieser Party zu sehen, eine Dame aus seiner Heimat mit jemandem sprechen zu können, aus seiner Heimat, die ihm zuhört, die natürlich ein riesen Fan von ihm ist und natürlich noch so gerne ihm zuhört, wenn er über sein Leben erzählt und natürlich auch tröstet nach dem großen Verlust. Und da versteht man natürlich, dass das Alter dann ein bisschen zweitrangig war, sondern dass sie sich einfach gegenseitig gut getan haben. Dann irgendwann musste natürlich Elvis Presley wieder zurück nach Amerika reisen, seine Schauspielkarriere beginnen und Priscilla mit 14 Jahre durfte natürlich nicht gehen. Strenge Eltern, wie schon erwähnt, sie wollten damit, dass sie als allererstes Mal die Schule beendet in Deutschland, bevor sie ihm nachreist nach Amerika. Und vor allem waren die Eltern sowieso skeptisch. Was will der große Elvis Presley von unserer jungen 14-jährigen Dame? Der könnte doch jede Dame haben. Darum war es ihnen wichtig, macht zuerst die Schule fertig. In drei Jahren wird da ja sowieso wieder alles vergessen sein und Elvis hat eh eine neue in dem Stil. Ist nicht so, mit 17 Jahren dann kann sie nach Amerika reisen und das Leben mit Elvis Presley beginnt. Und da will ich nochmals kurz einen Cut machen, denn das Ganze ist wirklich sehr interessant, wenn man das nochmals Revue passieren lässt und wirklich das aufgesaugt hat, was in diesem Film bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist. und eben Priscilla, die da noch völlig unselbstständig war. Priscilla war sehr abhängig von Elvis, auch als sie in Amerika war damals, war sie sehr abhängig von Elvis und Elvis selbst war genauso. Elvis war genauso abhängig, nämlich vom Leben des Managers. Er wurde ja von seinem Manager ausgenutzt. Elvis musste schauen, dass sein Manager genug Geld bekommt für seine Spielsucht im Casino. Das lernen wir alles viel deutlicher noch in seinem Film aus 2022 kennen. Und ja, als sie dann in Amerika ankommt und ihr Leben leben wollte mit Elvis an der Seite, kam es natürlich komplett anders. Und es gibt solche Szenen in diesem Film, wo man Priscilla dann einfach nur zwei Minuten in einem Raum sieht, mit ihrem Hund im Arm und einfach nur herumläuft, aus dem Fenster schaut. Zwei Minuten lang. Und diese zwei Minuten sind so intensiv. Und ich habe es von sehr vielen Leuten gehört, ach, dieser Film ist langweilig, man erfährt viel mehr über Elvis als über Priscilla. Aber da kann ich widersprechen. Also ich habe da einen komplett anderen Eindruck. Ich habe sehr viel über Priscilla erfahren. Ich habe sehr viel Spaß an diesem Film gehabt. Das Wichtige in diesem Film ist, dass man die Langeweile des Films aufsaugt. Das klingt jetzt in erster Linie ein bisschen komisch. Aber die Langeweile, die ist in diesem Film bewusst gewählt worden. Wir müssen in dieser Langeweile begreifen, wie es für Priscilla ist. Für Priscilla war es langweilig. Und das ist absolut unvorstellbar. Sie war mit Elvis Presley zusammen. Sie lebt in riesigem Luxus, in einer riesigen Villa. Wie kann es dieser Frau langweilig sein? Und wir schaffen es, mit diesen Super-Kamerafahrten, mit der tollen, unterstützten Musik, immer wieder die Gefühlslage perfekt zu erfassen. In diesen zwei Minuten erfahren wir so viel von Priscilla, ohne dass sie ein Wort sagt. Wir sehen die Riesenvilla. Wir sehen sie darin, wie verloren sie darin ist. Und der Begriff, in einem goldigen Käfig gefangen zu sein, war noch nie so gut auf dem Kino, auf der Kinoleinwand gezeigt worden, wie in diesem Film. Man sagt immer so salopp, ja, in einem goldigen Käfig gefangen zu sein. Aber in diesem Film spürt man es, wie es ist, trotz Luxus Langeweile zu verspüren und wie ihre Liebe immer mehr nachlässt und sie immer unglücklicher wird. Danach noch mit den Problemen, die Elvis hatte, die man schon weiß, mit seinen Drogenproblemen, das war dann nochmals eine Steigerung, aber man merkt es vom Beginn weg, als sie in Amerika war, wie von ihrer großen Freude, endlich in Amerika sein zu dürfen, immer, je länger es geht, je schwerer wurde es für sie. Und das gelingt diesem Film eindrücklich. Also, ja, wer sich in Personen reinfühlen kann, wer es schafft, das aufzusagen, was dieser Film aussagen möchte, auch in den ruhigen Szenen, der wird sehr, sehr viel Spaß an diesem Film haben. Der wird auch sehr, sehr viel über Priscilla erfahren. Und es ist nicht langweilig, nur weil zwei Minuten nicht viel passiert. Es ist kein Actionfilm. Es ist nicht ein Film, wo jede Sekunde irgendjemand eine Faust ins Gesicht bekommt. Das ist es nicht. Aber das muss der Film auch nicht sein und das will er auch nicht sein. Der Film will Gefühle transportieren. Und das kann er 1a. Ja, genau. Also, ich widerspreche da sehr vielen Leuten. Mich hat der Film wirklich sehr überzeugt. Und, ja, die Probleme, die Drogenprobleme, die Elvis hat, die ich angesprochen habe, ich will nicht zu viel spoilern. Man kann alles auf Wikipedia zwar nachlesen, aber Elvis hat sich natürlich immer mehr verändert. Er hat ja Drogen genommen, nachdem er nach jeder Aufführung, um sich wieder zu erholen. Er hat Drogen genommen, wenn er zusammengebrochen ist, hat er eine Spritze reingekriegt. Wenn er ins Bett ging, hat er Schlaftabletten genommen. Wenn er aufgestanden ist, hat er wieder Tabletten genommen, damit er wieder fit ist. Er hat eigentlich sein ganzes Leben danach immer nur mit Tabletten und Drogen verbracht. Es gibt da Bilder zu sehen, wie der ganze Nachttisch voll Tabletten war. Ja, und natürlich hat das Auswirkungen auf seine Psyche, auf seine Stimmungsschwankungen, die man auch sehr gut spürt. Und ja, auch das habe ich sehr viel gehört, dass man Elvis mit diesem Film schlechter macht, als er war. Das ist ebenfalls nicht so, aus meiner Sicht jetzt. Elvis hat keinen Glanz verloren, nur weil es jetzt diesen Film gibt. Elvis wurde nicht falsch dargestellt, nur weil es diesen Film gibt. Und man hat Elvis auch nicht in ein schlechteres Licht geführt, nur weil es diesen Film gibt. Dass er Drogenprobleme hatte, das war jedem bekannt. Dass Drogen Stimmungsschwankungen verursacht, das ist das nachvollziehbarste ever. Und die beiden haben das so gut gespielt, dass man es auch wirklich jede Sekunde abgekauft hat. Dass man es auch wirklich gespürt hat, dass das genau so hätte passiert sein können. Natürlich waren wir nicht dabei, natürlich wissen wir es nicht, wie es haargenau war, aber es erzählt jetzt nichts, was irgendwas an Elvis Presleys Status ändern würde, sondern, dass diese Sache ihn kaputt gemacht hat, das sieht man, wenn man auf YouTube klickt, sein allerletztes Konzert mal anschaut, da sieht man ja selbst, dass das nicht mehr Elvis war, der damals auf der Bühne stand, dass er nur noch auf der Bühne stand und seine Musik machte, dass das noch das Einzige war, wo Elvis noch zu erkennen war, aber der war schon längst nicht mehr Elvis, er war da ein Individuum, der vollgepumpt war mit Drogen, der nicht mehr sich selbst sein konnte. Und eben darum empfehle ich euch, schaut vor diesem Film Priscilla nochmals Elvis an, denn dieser Film zeigt halt noch ein bisschen deutlicher die Sicht von ihm logischerweise, weil bei Priscilla wird wirklich das Hauptaugenmerk auf sie gerichtet und um Elvis noch ein bisschen besser begreifen zu können, muss man beide Filme sehen. Man versteht wie gesagt auch, wenn man nur Priscilla sieht, dass dieser Film was dieser Film aussagen will, aber der ganz große Genuss kommt, wenn man beide Filme nacheinander sieht, kann ich euch wirklich nur herzens empfehlen und weil man dann wirklich sieht, wie abhängig das beide waren damals von anderen Personen und nicht ihr Leben leben konnten. Kommen wir langsam zum Fazit, damit wir es hier jetzt nicht unendlich lange machen, ihr habt es schon gespürt wahrscheinlich, ich war sehr begeistert von diesem Film, 8 von 10 ist eine sehr sehr gute Bewertung, die schauspielerische Leistung 1A, Kamera, Kostüm, Make-up, hat alles gestimmt, hat alles gepasst, wirklich toll, was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Musik von Elvis, ich habe mich von vornherein sehr gefreut, auch ein bisschen Elvis-Musik zu hören, aber die Band hat sich entdistanziert von diesem Film, darum hat man nicht Elvis-Musik gehört, aber man hat die Musik von dieser Zeit da gehört, also 1959, als ihr sich kennengelernt habt, hat man Musik von 1959 gehört und am Ende des Films in einer sehr emotionalen Szene bekommt man auch ein sehr sehr bekanntes Lied zu hören, aber nicht von Elvis halt, hat mich ein bisschen gestört, ich hätte schon ein bisschen mehr Elvis gewünscht, aber die Musik war dennoch sehr schön und sehr unterstützend für die Emotion und der Film aber ein bisschen zu lange mit einer Stunde um 50 Minuten, aber nicht langweilig, das ist ein Unterschied und das will ich hervorheben, 8 von 10 ist aber wirklich eine sehr gute Bewertung, ich kann euch den Film wirklich sehr sehr empfehlen und eben wenn ihr das nacheinander schaut, dann habt ihr auch das Problem mit der Musik von Elvis nicht, weil bei einem Film wird dann die ganze Zeit Elvis-Musik laufen gelassen und dann könnt ihr hier dann auch wieder ein bisschen ohne Elvis-Musik auskommen und trotzdem macht es dieser Film sehr sehr Spaß. Genau, ich kann euch diesen Film sehr empfehlen, mir hat er Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht, wenn ihr natürlich neu auf dem Kanal angekommen seid, gerne könnt ihr ein Like oder ein Follow da lassen, wenn euch an diesem Video was gestört hat, was ich besser machen kann, schreibt mir das natürlich sehr gerne auch in die Kommentare, hilft mir natürlich ein bisschen weiter, wenn ihr mich da supporten würdet, diese Woche kommt ja bereits die nächste Kritik online, nämlich die Kritik von Jason Statham, ist mir gerade der Name nicht ins Sitzung gekommen, es geht um Der Beekeeper, den werde ich noch diese Woche hochladen und da wird es dann ein bisschen actionlastiger, also wenn ihr Lust habt und das nicht verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da und folgt mir auch auf den anderen Kanälen und ja, wenn ihr den Film im Kino seht, schreibt mir auch das im Kommentar hin, wie es euch gefallen hat, ob ihr meine Sachen hier zustimmt, ob ihr mir zustimmt, dass dieser Film sehr viel über Priscilla ausgesagt hat und wie er euch gefallen hat und ich kann euch das wirklich ans Herz legen, schaut euch diesen Film an und ihr werdet Spaß haben an diesem Film. So, also, ich wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann!